Du willst nur reden, ich muss reden mit Leuten, weißt du, unterhalten. Ja, du kannst ja reden, aber ich zum Beispiel, ich kann nicht live sein, ohne dass für mich ein bisschen in den Hintergrund Musik läuft, weil sonst ist ja zu leise für mich so. Ach so. Ja, ist dann langweilig, wenn ich nichts höre, so ein bisschen Musik im Hintergrund muss schon sein. Ey, jetzt können die Leute mit diesem Thema nicht aufhören. Ich habe eine Sache gesagt und jetzt diskutieren die Leute darüber. Nein, egal, lass, einfach, wir reden kurz um meine Liebe. Man kann einfach eh niemandem was recht machen. Hätte ich das nicht gesagt, hätte trotzdem irgendjemand irgendwas gesagt dazu. Egal, Leute, alle sind alle Länder gleich. Nicht über Länder reden, nicht über Dings reden. Einfach. Fält dich aus. Kommen Sie leiser. Chillen hier unter. Wir gerade über Liebe reden, uns über Politik. Politik, Sachen lassen einfach, reicht. Bist du 15 Jahre alt, hast du noch nie Schule gemacht und über Politik reden. Selbst wenn ich jetzt einen Fehler gemacht hätte, wenn ich das jetzt nicht weiß, man kann mir das auch nicht erstmal übel nehmen, weil ich bin schon seit acht Jahren aus der Schule raus und denkst du, nach acht Jahren habe ich noch dieses Erdkunde und die Weltkarte in meinem Kopf und weiß ganz genau, da ist das, da ist das, da ist das? Nein. Und die meisten hier von euch sind bestimmt alle gerade noch in der Schule. Ihr habt bestimmt, nächste Woche fängt wieder Schule an, dann seid ihr gerade in der Schule und ich bin schon seit acht Jahren nicht mehr in der Schule. Ich habe meine Diplomaten in Moskau gemacht. Habibi, Moskau. Was? Diplomat. Ich bin ein Jahr in Moskau. Ja. Ich spreche in acht Sprache. Ich habe da gelernt an der Sprache. Warum bin ich Doktor? Verstehst du, die Leute nur in B1 machen, B2 machen, B3, B3 machen. Ich weiß nicht, nur B3 machen. Die nichts verstehen. Keine weiß über Politik, über Politik, Sachen, gar nichts verstehen. Die Leute einfach was sagen, sagen einfach. Habibi gehen ein bisschen studieren, große Studieren, nicht B1, B2. Ich habe gar nichts gesagt. Die Leute drehen einem alles in den Mund zusammen, Mann, ey. Ich habe nichts gesagt. Okay, seid ihr jetzt glücklich? Seid ihr glücklich? Ich habe nichts gesagt. Vergessen wir alles wieder. Danke. Bei B1, B2, du bist nicht Doktor geworden, nicht Ingenieur geworden, nichts, gar nichts. Tschöne mal, mach dir keinen Kopf darüber, ja. Manche übertreiben zu doll. Ich habe auch gar nicht so, ich habe nicht mal was Schlimmes gesagt, nicht mal irgendjemanden angegriffen, einfach. Egal. Ich küss deiner Mund, einfach. Ich küss deiner Fisch. Was bist du für ein Doktor? Hä? Erzähl mal, was bist du für ein Doktor? Ich sage dir das. Alles immer, alles immer privat, ne? Nein, ich sage dir. Jetzt, wenn ich sage, diese Leute wieder über die Sachen. Ja, 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 ja. Alles immer privat. Verstehst du, ich meine? Süße, danke schön. Vielen Dank. Aber guckst du, meine Lieber, bis wann bist du live? Ich weiß nicht. Und du? Sagst du, ja. Ich vermisse dich so schnell. Ich bin doch da. Nein, ich gehe mit diesen starken Leuten kämpfen. Ach so. Ja, wegen... Ich bin noch ein bisschen live. Hä? Ich bin noch ein bisschen live, auf jeden Fall. Wann du bist raus? Vielleicht noch eine Stunde. Okay, nach der einer Stunde, wann du bist raus, meine Lieber, schreibe. Du bist dann bestimmt noch live. Ja, ich bin live. Und du schreibst? Ich warte, bis du mir schreibst. Nicht mich, so mich, ja. Wieso? Tamam, ich warte. Wieso, wieso? Wieso schreibst du mir nicht? Nein, du schreibst mir besser, glaub mir. Wieso schreibst du mir nicht? Nein, wenn du schreibst mir, kommt mir ein bisschen viel Liebe, weißt du? Hm. Ich will mal die Leute fragen, wer soll wen schreiben? Sag mal bitte. Ich finde, er schreibt mir. Nein, du. Mir schreiben. Er soll. Hallo. Ja. Willst du ja? Ja. 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 Weißt du, alle sagen er und ich will auch du. Also. Hey, wenn ich schreibe dir, bist du, nein, was, was du, wenn ich schreibe dir, was kommt bei dir? Was? Zum Beispiel, wenn ich schreibe dir, was kommt bei dir? Wie? Wenn ich schreibe dir zum Beispiel, was... Und ich antworte. Nein, antworte. Und was kommt bei dir? Aber wenn du bei mir schreibst, kommt Liebe. Und ich... Hä? Ja. Dann machen sie es. Ich schreibe dir nicht. Weißt du, wieso? Du sagst bestimmt zu jeder Frau, schreib mir. Und die schreiben dir alle. Ich schreibe dir nicht. Und ich schreibe dir zum Beispiel, wenn ich schreibe dir, was, 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 was kommt bei dir? Was dann? Was kommt? Wieso? Was, was soll denn? Die alle sagen, soll sie schreiben bei dir. Und ich bleibe, ich bleibe, guckst, ich bin live. Ich bleibe, vielleicht... Ja, dann schreibe ich dir auch nicht. Warum? Nur dann. Wenn du hier zum Beispiel, wenn du eine Stunde live, nachdem eine Stunde du bist, geh offline. Und du mehr schreiben. Und ich gucke, du bist offline, ich auch gehe offline. Weißt du, was ich meine? Das ich meine. Tama? Mhm. Ich warte. Okay. Viel Spaß noch. Tama, dir auch. Danke. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.